Sehr schön, das hat soweit funktioniert. Die Viecher schon wieder... Achso, da ist immer noch zu, ich seh grad auch echt nicht. Hast du denn grad was, wofür du Ablenkung brauchst? Ich würde gerne mal wissen, wo ich hin muss. Beziehungsweise mal was sehen. So, ich seh grad die Heilung mal aus. Ach, da lebt wahrscheinlich noch so ein Viech davon, oder wie? Ach. Mann, 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 Mann. Vom Leben, ja. Ne, geht's gut soweit, danke dir, Nachfrage. Ist da noch ein... Oh, meine Güte, ey. So, der Kollege wäre durch. Wir sind einigermaßen geheilt. F-10. Okay, thanks. You're right. Ah, hier ist ein Lack. Okay, gut. Completely forgot about this. So. Dann wieder regenerieren. Immer schön jugendfrei. Naja. Ich weiß ja nicht, also ich würde das als einigermaßen gutes Zeichen ansehen. Licht. Ja, auch zurecht. Da geht's weiter. Glaube ich. Da ist noch eins von den Viechern. Dann kann man ja... So, da ist die... Der hat ein bisschen Muni. Tragen wir ihn dafür noch ein wenig durch die Gegend. Dann will ich aber mal grad gucken, ob hier noch was interessantes drin ist. Äh, nein. Schade. Guck mal, da haben wir was übersehen. Schau ich mir dann gleich mal an? Nö, die Einstellung hab ich halt irgendwann mal reingehauen, ähm... Als ich mir dann, also als ich halt angefangen hab zu streamen und dann halt entsprechend viele, oder ich glaub mit dem FSK-18-Spiel angefangen hab. Schwimmen wir einfach mal raus, das ist ja auch nicht verkehrt. Genau, als ich Strangie kennengelernt hab. Ach, warte mal, hab ich nicht noch. Ach, guck mal. Ach, warte mal hab ich nicht noch. Ach, guck mal. Hm, 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 hm. Cookies? Cookies wär natürlich nicht verkehrt. Ich würde halt jetzt hier gerne raus. Gucken wie weit wir da jetzt kommen. Ich habe gerade eine ganze Bauung Keks und da ist dann der arme Drache hier nichts abgegeben. Ich habe so die Befürchtung das bringt nicht so viel. Na, ich glaube ich habe jetzt Levelend erreicht. Okay, dann laden wir nochmal. Dann lasst die Viecher einfach mal Viecher sein. Schön, so ein Keks-Achievement hätte auch was. Ach, sollten wir nicht eh hier rein schwimmen? Dann hauen wir uns erstmal den rein. Der gute Re-Breather Nummer eins. Licht kann wieder aus. Schokoladenbutterkekse. Ich mag ja immer noch diese Softcakes ganz gerne. Also die mit, ähm, halt mit dieser Füllung. Okay, der wäre aufgebrockt. Da war ich doch gerade erst, oder? Da hatte ich ja erst gegen die Kollegen gekämpft. Muss ich dafür irgendwie hochschwimmen? Da könnte vielleicht noch eine Dings sein. Ja, blub, blub, blub. Hm. Ach ja genau, wir müssen einfach, hm. Ich hätte einfach da rumschwimmen sollen und dann zu den U-Booten. Ah, gut. Wir haben ja genug von den Dingern, das passt schon. Mehr als genug. Ah, hat gerade gereicht. So. Abflug. Tja, Puffreis. Ähm, du kannst in deiner Farbe schreiben, indem du Schrägstrich Mi vorne dran setzt. Also Schrägstrich Mi und dann halt was schreiben. Reiß auf die Apes, genau. Warum? Lass mich doch. Genau, so geht das. Hast ja wieder was gelernt hier. Gut, hier ist ja noch relativ ruhig, merke ich gerade. Warte. Dann würde ich mal sagen, auf wieder tschüss. Wir verziehen uns. Hm. Das, was heutzutage noch geht, das man in seine eigene Schrift schreiben kann. Ah. Da oben ist ein Sniper. Wieso ist da oben ein Sniper? Ich glaube, die Befehle, die gehen ja schon zu, oder die gehen schon zu IRC-Zeiten. Das ist schon so 15 Jahre her. Plus Minus. Dann gut, wenn da oben ein Sniper ist, dann müssen wir den auch entsprechend mal empfangen. Flup. Das wird. Ich glaube, die meisten Befehle oder viele der Chatbefehle hier in Twitch und so kenne ich noch von früher aus dem IRC-Channel. Genau, das meinte ich halt. Ich glaube, du kannst auch irgendwie, du kannst, glaube ich, mit MIRC oder wie das Programm hieß, kannst du, glaube ich, auch den Twitch-Chat öffnen. Ich höre schon einen Hubschrauber, sehr gut. Ein guter Käse ist auch alt, ja. Ein guter Toaster ist auch alt. Ah, hier war ich ja noch nicht. Hm. Hm. So, Lebensbeschäftigung. Jump Riteanlagen. Na gut, das können wir gerade klicken. Oh, doch nicht. Interessant. Page said he was launching a missile at Vandenberg. Exactly. His troops occupied a silo to the north of here. Has he made any demands? The launch sequence has started. No demands. They want to wipe us out. I'll have Jack get me there as quick as he can. Good. Hey, thanks again for saving my daughter. I brought you something from the lab. A token of my appreciation. Not necessary. I'm just glad she's alright. Take it. You might want to upgrade your systems. Sooner or later you'll have to face Bob Page. Hm. Hm. Joa, so ungefähr. 22,3. Loa. Hm, 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 hm. Ach komm. Also, bis auf die Heilung nutze ich ja eh nicht allzu viel. Von daher, ich hätte da vielleicht ein bisschen was noch reinpacken können. Passt schon. Let's go. Dann machen wir ja einen Abflug. Und schauen mal, wo uns das hinbringt. Und schauen mal, wo uns das hinbringt. Dann können wir noch ihr? Ja. Ich kenne es. Und verrückt. Dann habe ich auch noch nicht. Wohin. Es geht nicht. Im Moment. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Wir brauchen die epizikation. Es geht nicht. Es geht nicht. Ja, komm, machen wir das halt gerade noch mal. Ich glaube, dann gehe ich auch trotzdem, äh, oder tatsächlich mal eher in die Beine. Das geht mir voll in die Beine. Das, ähm, Upgrade. So, bla bla. Du hast es geschafft. Bei der Launchzeit. Gut. Nicht necessitiert. Geh es. So, Upgrade. Los geht's. Genau, im Internet gibt es ja keine Frauen. Nur User. Ich dachte, Costa hat den flauschigsten Bart. Zumindest wurde mir das damals so gesagt. Hm. Das ist auch ein Flauschig Bart, ja. Ja. Findet sich ja bestimmt. Ja, gut, dann musst du halt mal gucken. Hm. Ein Lua-Bart. Wir können tatsächlich durch das Fenster durchballern. Oh, da ist sogar offen. Das ist nett. Hallo? Niemand da. Dann bedienen wir uns doch mal schnell. Witz. Witz. Welchen Witz meinst du denn? Was? Sniper snipern. Sniper snipern. Sniper snipern. Sorgen wir mal ein wenig für Ruhe. Ist echt so angenehm, dass mir das Ding nicht mehr so wackelt wie ein Kuhschwanz. Mit diesem Bartfetisch. Ja, vielleicht sollte man nicht installiert. die plug-in die die translation plug-in so unangenehm dass ich jetzt keine dings mehr okay okay yeah you you probably don't wanna I thought you had a plug-in to to translate the the chair the chat text whoever's out there give yourself a phone nö nö pass schon haben wir denn hier irgendwo ne tür da haben wir nen hund boah das war ja nix okay it isn't very good today we didn't see it also I didn't see the context either so don't worry ha 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 Ruhe da hinten. Die sind viel zu viele Roboter. Stragi. Ach guck mal, die waren hier bestimmt noch am Karten spielen oder so. Tatsächlich, hier liegen sie mit Kildchips rum. Ah, Nanuki. Schade. Schade. Dann würde ich mal gucken, ob wir vielleicht hier oben irgendwas abstellen können. Multitool. Okay, dann sollen wir das wahrscheinlich hacken. Was hat der nochmal für Code gesagt? Der wird ja wahrscheinlich nicht hier funktionieren, oder? Ja, sieh du, du hast. Na dann. So, steht da irgendwas interessantes? Nope. Dann nochmal. Ah. Auch schön. Okay, zumindest so ein bisschen loot hier. Leider gar nicht Platz. Ich hoffe, wir können noch eine Lamm mitnehmen. Noch ein Medikit. Ja, ich glaube, das hat sich einigermaßen gelohnt. Ja, das könnte gut passieren, Drachy. Aua, 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 aua. Direkt nochmal heilen. Machst aber den Chat weg. Drachy ist nicht niedlich. Von daher wird da auch nichts verniedlicht. Ja, das wahrscheinlich auch. Ja. Mist, da ist zu. Hm, das sind Ratten oder irgendwas. Schöne Sache. Na. Viel zu viele Roboter. Zum Glück hören die halt nix. Ich glaube, die menschlichen Wachen habe ich ja tatsächlich schon alle mehr oder weniger ausgeschaltet. Ich hatte eigentlich Drachien gesagt. Wahrscheinlich habe ich das ändern ein wenig, äh, verschluckt. Aber ja, normalerweise wird sie Drachie abgekürzt.